UNTERTITELUNG Er kommt seit zwei Tagen zu dem Grab von Franz. Vielleicht ein französischer Freund von vor dem Krieg. Willkommen. Und Sie kannten Franz? Ja. Aus Frankreich. Oui. Français. Comme un brèche oubliez. Ich bin froh, dass er da ist. Macht es dich nicht auch glücklich? Doch. Aber er wird weggehen. Dann werden wir uns bemühen, ihn noch eine Weile bei uns zu behalten, ja? Sie kommen oft hier? Das ist hier, Franz hat mir gefragt, Mama. Sie haben viel zu tun. Sie haben viel zu tun. Die einzige blessure, ist Franz. Liebe Anna. Sie haben viel zu tun. Sie haben viel zu tun. Sie sind jung und schön. Sie haben keine Chance. Sie haben viel zu tun. Mein Vater ist ein französischer Kind. Sie müssen ihn nicht schmerzen. Es ist nicht ich, der ich schmerzen, Frau. Sie sind Franz. Was würde die Wahrheit bewirken? Noch mehr Schmerz. Noch mehr Tränen. Was empfinden Sie für diesen jungen Franzose? Ich weiß nicht mehr.